Es ist bei der WM-Vergabe 2006 alles mit rechten Dingen zugegangen. Es hat keine schwarzen Kassen gegeben, es hat keinen Stimmenkauf gegeben. Nach dem Zuschlag im Juli 2000 begannen jedenfalls Verhandlungen mit der FIFA über einen Organisationszuschuss. Im Januar 2002 hat dann unser Generalsekretär und OK Vize Horst Erschmidt, Franz Dickenbauer, gebeten, mit nach Zürich zu einem weiteren Treffen zu gehen. Dieses Treffen verlief dann so, dass es ein Vier-Augen-Gespräch gab zwischen dem FIFA-Präsidenten und Franz Dickenbauer. Und im Zuge dieses Vier-Augen-Gesprächs hat der FIFA-Präsident in Aussicht gestellt, einen Zuschuss von 250 Millionen Schweizer Franken, umgerechnet 170 Millionen Euro. Daran aber den Satz geknüpft, das solle mit der Finanzkommission der FIFA geklärt werden. Dann haben Gespräche mit der Finanzkommission stattgefunden. Wer die geführt hat, weiß ich bis zum heutigen Tage nicht. Jedenfalls tauchte dann die Forderung auf, das sei schon in Ordnung mit den 250 Millionen Schweizer Franken. Aber im Gegenzug müssten 10 Millionen Schweizer Franken an die Finanzkommission überwiesen werden. Franz Dickenbauer war damals bereit, für diese 10 Millionen mit seinem Privatvermögen gerade zu stehen. Dies wiederum hat sein damaliger Manager Robert Schwan erfahren und hat ihm gesagt, er solle sich aus dieser Angelegenheit raushalten. Und Robert Schwan hat dann die Verbindung zu Robert Louis Dreifuss geknüpft. Und Dreifuss hat dann gegenüber Robert Schwan die Zusage gegeben, diese 10 Millionen an die Finanzkommission der FIFA zu überweisen. Wohin dort genau, auch das entzieht sich meiner und unserer Erkenntnis. Von diesem Vorgang aus dem Januar 2002 habe ich persönlich nichts gewusst. Dieses Thema war dann über Jahre kein Thema, jedenfalls nach meiner Wahrnehmung nicht. Ehe etwa 2004, 2005 das Thema der Rückzahlung dieses Darlehens auftauchte. Da soll es laut Spiegel einen Brief geben, wo es auch einen persönlichen Vormerk von mir geben soll, sofern es in meiner Anschluss ist. Da wiederhole ich das, was ich auch in dem Interview auf DFW.de letzte Woche gesagt habe. Ich kann mich daran nicht erinnern, kann es aber auch nicht ausschließen bei der Vielzahl der Vorgänge, die bei der Abwicklung und der Vorbereitung der WM da täglich auf dem Tisch waren. Ich habe nur was erfahren von dem Zuschuss von den 250 Millionen, von dieser, wie soll man es nennen, Bedingung. Da habe ich nichts erfahren. Und wann haben Sie davon erfahren? Also den Zusammenhang zwischen dem bewilderten Zuschuss und dem Darlehen der 10 Millionen, das habe ich im Grunde genommen, wir sind in diesem Sommer so zusammenbringen können, nach einigen Gesprächen, die da geführt waren. Also es mag sein, ich habe schon mitbekommen, dass da irgendetwas war, was mit Robert Louis Dreifuss zu tun hatte. Und das auch, ich will auch nicht ausschließen, dass da auch mal intensiver drüber gesprochen worden ist. Das liegt jetzt 10, 11, 12 Jahre zurück. Das will ich nicht ausschließen. Deshalb habe ich eben auch gesagt, ich kann auch nicht definitiv ausschließen, dass da eine handschriftliche Notiz von mir auf irgendeinen Vorgang war. Aber wenn Sie nach meinem exakten Wissen fragen, dann muss ich fast nicht. Ja, ich will nicht ausschließen, aber ich kann auch nicht uns auf, wenn Sie nach meinem Exakten landen kommen, sie werden gleich noch versuchen, **k ich werde es in der providingen Vorgang war, dass da eine gewisse Anzeige nicht mehr als das Whilst aber nicht ausschließen. Wir haben auch diese Anzeige, nur eine gewisse Anzeige zum Erdung auf, Vielen Dank.